So, mit der 23 Kastil macht man ganz was Besonderes, Schnitzarbeiten. Und zwar kommt da eine Kanzel her, und die Eschen will weg, hat er gesagt, dass er gerade schießen kann. Aber man kann nicht um Kurven schießen, das stimmt und darum nimmt man ihn weg. Dann gehen wir vier Eschen weg, mit der 23 Kastil kann man rein schnitzen, passt. So, jetzt schau. Bei den Eschen müssen wir aber auch gehen, weil die springen rauf. Das heißt, hat halt praktisch, der Rest dann da rauf, dann stellt er hoch und fährt irgendwo runter. Sicherheitsbereich, immer schauen, dass man, da stellst du richtig, weil dann ist dann der runter. Im Weg, genau. Ja. 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 Die ist da, glaube ich. Die ist da. Und die Tür, die feuchten. Wie wir schon da sind. Ja, und von der Durchflug. Von der Durchflug. Die ist da. Die ist da. Eher. Drei. Ufa. Die ist da. Drei. 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 Das war's für heute. 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 Und... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.